Investitionsrechnung, Rentabilitätsvergleichsrechnung, Beispiel mit Lösung. Neben dem bereits vorgestellten Verfahren der Kostenvergleichs und der Gewinnvergleichsrechnung zählt auch die Rentabilitätsvergleichsrechnung zu den statischen Verfahren der Investitionsrechnung. Die Rentabilitätsvergleichsrechnung baut hierbei auf die vorher angesprochenen Verfahren der Kostenvergleichs- und der Gewinnvergleichsrechnung auf. Im Rahmen der Rentabilitätsvergleichsrechnung wird die durchschnittliche jährliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals berechnet und grundsätzlich gilt, je höher die Rentabilität, umso besser. Dementsprechend entscheiden wir uns dann in weiterer Folge im Rahmen der Investitionsrechnung und insbesondere in Bezug auf die Rentabilitätsvergleichsrechnung für jene Investitionsalternative, welche die höhere Rentabilität aufweist. Die Berechnung erfolgt indem wir hier rechts diese Formel dargestellt verwenden. Die Formel lautet Gewinn plus kalkulatorische Zinsen dividiert durch den durchschnittlichen Kapitaleinsatz mal 100, sodass wir dann am Ende eben eine Prozentzahl herauskommen und zwar die Rentabilität in Prozent. Und hierzu habe ich Ihnen ein kurzes Beispiel mitgebracht. Die Neurouter GmbH ist spezialisiert auf den Druck von Werbeartikeln und plant für das Jahr 2022 die Anschaffung eines neuen Druckers. Nach ausführlicher Prüfung konnte die TPN GmbH zwei Investitionsalternativen identifizieren, welche den definierten Anforderungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen der Kostenvergleichs- sowie der Gewinnvergleichsrechnung wurden bereits nachfolgende Werte ermittelt. Und die Aufgabenstellung lautet dann dementsprechend, welche der beiden nachfolgenden Investitionsalternativen empfehlen Sie der Neurouter GmbH auf Basis der Rentabilitätsvergleichsrechnung. Und sehen wir uns dann hierzu noch die zwei Investitionsalternativen an. Wir haben einerseits einen Drucker A und andererseits einen Drucker B. Berechnet bereits im Rahmen der Kostenvergleichsrechnung bzw. der Gewinnvergleichsrechnung haben wir die nachfolgenden Werte. Einerseits einmal die kalkulatorischen Zinsen 2437,50 bzw. bei Drucker B 4500 Euro. Weiters wissen wir den durchschnittlichen Kapitaleinsatz, der bei 16.250 für Drucker A und bei Drucker B bei 30.000 Euro liegt. Und der Gewinn pro Jahr auf Basis der Gewinnvergleichsrechnung beträgt 8479,17 bei Drucker A und 10.000 Euro bei Drucker B. Und wie hoch ist jetzt die Rentabilität dieser beiden Alternativen? Und dementsprechend müssen wir uns zuerst einmal den Gewinn nehmen. Der Gewinn ist hier in der Angabe gegeben 8479,17 und zu diesem Gewinn addieren wir dann in weiterer Folge die kalkulatorischen Zinsen, wie wir es hier in der Formeldarstellung sehen. Und wenn wir diese 8479 plus die kalkulatorischen Zinsen von 2437,50 zu addieren, kommen wir auf 10.960,07. Und diesen Wert müssen wir dann anschließend, wenn wir wieder einen Blick auf die Formel werfen, durch den durchschnittlichen Kapitaleinsatz dividieren. Und auch diesen finden wir hier wieder für Drucker A in der Angabe 16,250. Und wenn wir das dann ausrechnen, kommen wir auf 0,6718. Aber die Rentabilität wird ja immer in Prozent angegeben und deswegen müssen wir diese 0,6718, die wir hier errechnet haben, noch mit 100 multiplizieren, woraus sich dann eine Rentabilität von 67,18% ergibt. Und dasselbe machen wir jetzt mit Drucker B. Wir starten wieder mit dem Gewinn, der Gewinn ist 10.000 Euro und zählen die kalkulatorischen Zinsen von 4.500 hinzu, wo wir dann auf 14.500 Euro kommen. Diese 14.500 dividieren wir wiederum durch den durchschnittlichen Kapitaleinsatz von B und kommen zu einem Ergebnis von 0,4833. Das Ganze wieder mal 100 multiplizieren, um auf eine Prozentzahl zu kommen. Und somit kommen wir dann hier für Drucker B auf 48,33%. Und zu guter Letzt müssen Sie jetzt nur noch die beiden Ergebnisse miteinander vergleichen. Also wir haben beim Drucker A, also bei der Investitionsalternative A, eine Rentabilität von 67,18%. Und beim Drucker B, also Investitionsalternative B, 48,33%. Und wie wir eingangs gehört haben, entscheiden wir uns für jene Investitionsalternative auf Basis der Rentabilitätsvergleichsrechnung, welche die höhere Rentabilität aufweist. Und nachdem 67 höher als 48 ist, entscheiden wir uns für Drucker A.